das heißt bis meine einheiten da jetzt da sind muss ich die fast meine ganzen mineralen in die reparatur da reinstecken und ich verliere meinen ganzen goliaths ok den reparieren wir mit allem was wir haben und dann ja wie wie macht man dann weiter auf alle fälle haben wir hier noch ein cool das heißt ich habe momentan zwei auf jeden fall nicht so viel versprochen jetzt fehlt nur noch ein einziger kanister ok ein einziger kanister fehlt nur ich habe aber keine einheit mehr und irgendwie fehlen mir da auch irgendwelche wbf können erst mal hier abbauen gehen dass ich ein bisschen mehr kohl und gas kriegt der darf auch wieder netter darf netweg da bauen wir hier noch zwei bunker hin oder ein bunker und so ein flammenturm inferno turm das ist jetzt natürlich ärgerlich das habe ich so viel verloren an einheiten ok ich werde es wahrscheinlich gar nicht packen ja dass ich das letzte produs relikt noch da irgendwie findet aber das ist nicht schlimm das ist mir jetzt auch mal was egal hauptsache ich packt ist da das ist gut über die bühne krieg das hat priorität jetzt ich glaube das reicht reicht trotzdem für die für das nächste forschungs für die nächste nächste forschungsstufe für protos so jetzt sind sie daher es dauert genauso lang das geht genauso langsam wie das abbauen das versiegeln hier also habe ich doch noch ein bisschen zeit wir haben sind denn jetzt drei da oben steht es beim vierten sind sie jetzt da war auch kein relikt das würde ich sonst auf der karte sehen ok komm schon komm schon wert fertig gestellt da schieben wir gleich noch einen hinterher den nehmen wir auch mit so ja jetzt geht es aber erst mal weiter wir holen uns den da oben den war noch sehen da nördlich und ich bleibe jetzt besser mal bei meiner armee das so wieder mitten durchs feindgebiet schickt und wir nehmen noch ein paar mehr wbs mit die uns dann reparieren können so die folgen alle dem da ich muss warten dass die jetzt wieder durchs feindgebiet marschieren ok die restlichen wbf muss ich jetzt benutzen für die reparatur von diesen flack flackturm da keine lust dass mir jetzt wieder alles hops geht ok der hat überlebt der eine turm weiter geht es mit mineralien sammeln und wir marschieren hier weiter hoch nach norden so da ist der letzte den wir abbauen müssen ich hoffe das funktionierten es klappt ich habe auf jeden fall tonnenweise wbf dabei um ja das ding geben abzubauen so fangen wir an und beschützen war das ding ich hoffe es denn dass die von unten da hoch zu uns kommen die wbf tun wir mal ein bisschen hinten platz ok halb so schlimm wir sind bei unserem letzten und reparieren unsere kohle jetzt mit den restlichen wbf einer geht einer geht auf jeden fall kaputt ja können wir nichts machen aber die restlichen haben überlebt und wir haben auch gleich ja haben auch gleich unseren container da und er ist schon auf dem weg zurück jetzt muss ich auch gucken dass der hier nicht irgendwo in der botanik rummarschiert wo er gar nicht soll ja doch der wird ist damit durch die basis laufen da ist ein bisschen doof wir müssen aber hier rumschicken wir müssen die teil darin irgendwie aufhalten sie haben schon fünf altäre versiegelt ok da ist wieder eine basis eine ziemlich große sogar ich glaube da ist es das artefakt auch befindet man da gar nicht so unser teil bringen wir schnell zu der basis bevor ein angriff noch auf die basis daher stattfinden und go 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 lauf kleiner und damit haben das letzte letzte gepackt das war der letzte kanister jungs wir sollten unser glück nicht noch länger herausfordern zerstörungswut ja sieg gepackt haben was leider nicht mit mit dem protos forschungs extra ziel schade drum aber credits aber auch jetzt wieder massig und von daher die nächste mission wird bestimmt nur leichter werden wenn wir alles upgraden können und wir fort wir tun auch gleich fortfahren drückte der hyperion 23 uhr bordzeit ich habe eine kodierte übertragung von einer quelle aufgefangen die ich nicht zurückverfolgen kann sie besagt dass tors teil einer geheimen operation war die projekt shadow blade genannt wird dabei wurden jorium und herazin eingesetzt um ghost kräfte noch zu verstärken das stimmt wir haben hier den phantome genannt ghost der nächsten generation und wann genau hattest du vor mir davon zu erzählen wir alle haben unsere kleinen geheimnisse das heißt aber nicht dass ich eine gefahr für dich bin vielleicht nicht aber wer auch immer diese nachricht geschickt hat könnte eine sein mit irgendeine möglichkeit übertragung zurückzuverfolgen aber sie endet mit ihr werdet bald wieder von mir hören das muss mensch sein er versucht uns gegeneinander auszuspielen lass das nicht zu für den augenblick warte ich erstmal ab zumindest bis ich rausgefunden habe wer diese übertragung geschickt hat aber ich werde dich im auge behalten du kannst es ja versuchen Schiffsminister Hyperion eine stunde später Tja und da befinden wir uns wieder und wer ist jetzt der ja der bösewicht der tors oder der der die nachricht geschickt hat keine ahnung wir hören uns jetzt wieder das wichtigste an und reden als erstes mal mit Tykes dieser tors ist nicht ganz dicht Jimmy der murmelt die ganze zeit in sich rein und spielt dabei mit den verdammten Puppen die er da hat ja weißt du ich brauche halt jemanden der deine gewählte ausdrucksweise und guten manieren ausgleicht der tickt doch nicht richtig ich habe ja nichts gegen leute die eine kleine macke haben aber der typ der ist komplett irre Tosch du traust mir also immer noch nicht Bruder solange du dich nicht entschieden hast haben wir nichts zu besprechen ok dann lassen wir es eben sein gucken wir mal kurz in die Nachrichten rein ich wiederhole die Opferzahlen gehen in die Tausende eine Waffenfabrik der Liga ist vor einigen Stunden explodiert und hat eine Kettenreaktion ausgelöst die mehrere Wohnblocks in dieser Arbeit der Siedlung in Schutz und Asche gelegt hat Liga Sicherheitskräfte gehen davon aus dass es ein terroristischer Anschlag des berüchtigten Jim Rayner war aber unsere eigenen Untersuchungen deuten darauf hin dass die Fabrik von Kampftruppen mit ausgefeilten Tarntechniken infiltriert worden sein muss dies wirft eine Frage auf ist es möglich dass Agenten des Ghost-Programms der Liga abtrünnig geworden sind für UNN berichtete Kate Lockwell von der Kernwelt NEFOR 2 Ah interessant interessant und da der Tosche da auch zugange war hat es vielleicht irgendwas mit dem zu tun wir gucken mal kurz bei den Söldner an ob wir vielleicht neue Söldner haben wenn der Preis stimmt die Spartan Company zwei Elite Goliaths ey super die haben 33% mehr Trefferpunkte und machen mehr Schaden ja was kosten die 40.000 ich würde sagen die nehmen wir die nehmen wir einfach mal die heuern wir mal an und die Hammer Security sollen wir die auch nehmen da haben wir auch die noch zur Auswahl das sind die Maradeure ne die lassen wir mal die Goliaths reichen jetzt gehen wir zum Labor und gucken wir mal was wir forschen können Forschungskonsole auf jeden Fall Protos müssten wir jetzt können ja können wir natürlich wählen sie ein Forschungsprojekt Ultrakondensatoren Waffenupgrades im Waffenlager und der Maschinen-Druck erhöhen die Angriffsgeschwindigkeit um 5% und verursachen zusätzlichen Schaden Badaboom Vanadiums-Panserung Panzerungs-Upgrades im Waffenlager machen das gleiche nur mit der Defensive ok wir können momentan sowieso nur für das ist ein bisschen schwer wir werden einfach uns für die Defensive Variante entscheiden entscheiden und das erforschen ja da war es das schon hier wir können doch mit Hansen reden ich habe die Tests an dem Therazin Gas durchgeführt um die du mich gebeten hast es hat auffallend ähnliche Eigenschaften wie Vespin Gas jedoch sind darin einige sehr exotische organische Zusätze enthalten irgendeine Ahnung wozu es verwendet werden kann nun es würde definitiv die Gehirnfunktion beeinflussen ich schätze deshalb könnte es als Droge oder Aufputschmittel verwendet werden Drogen was ja super so das war es auch schon hier und wir gehen mal zum Arsenal gucken was sich da getan hat und erforschen können wir auch was neues beziehungsweise upgraden hier Infanterie gibt es immer noch nichts hier was können wir hier Goliath ah ok Goliath haben wir freigeschallen und Goliaths können Luft und Bodeneinheiten gleichzeitig angreifen hört sich cool an das erforschen wir auch 50.000 kostet es nur boah ein Pappenstiel und können wir dann noch was erforschen nee das haben wir schon und für den Rest reicht einfach die Kohle nicht das heißt das war es hier und wir gehen zur Brücke sprechen kurz mit Horner noch was hältst du von dieser verschlüsselten Nachrichten ich weiß es wirklich nicht Sir wenn Tosh tatsächlich eines dieser Phantome ist wird Mengsk sicherlich versuchen ihrer Zusammenarbeit ein Ende zu machen aber Tosh verschweigt uns etwas wenn wir diese Revolution gewinnen wollen ich weiß dann müssen wir uns auf unsere Verbündeten verlassen können Tja das müssen wir wohl kommt jetzt drauf an wer natürlich die Nachricht hier geschrieben hat und wir gehen zur Sternenkarte und suchen uns unsere nächste Mission aus jetzt haben wir schon wieder drei zur Verfügung Deadman's Port ist unsere die uns ja in der Geschichte denke ich mal weiterbringt weil ganz einfach wir dann den Adjutanten entschlüsseln können jetzt haben wir noch Haven und ja Xil Xil genau nicht 7 oder nicht ja römisch 7 Xil und ich würde sagen wir machen als erstes Haven beschützen sie die Haven Kolonie sie haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet eine ganze Weile lang ging alles gut aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen sie antworten auf keiner Frequenz mehr wir müssen dahin und sehen was passiert ist vielleicht waren sie dem Zerg-Virus ausgesetzt außerdem befinden sie sich am Rande des Protos-Raums Jim ich mache mir Sorgen dass etwas Schlimmes passiert ist okay wir sind natürlich ein guter Mensch und wollen den armen Zivilisten natürlich helfen abgesehen davon gibt es da irgendwelche unbekannten Forschungsmöglichkeiten auch wieder Credits deswegen entscheiden wir uns jetzt für Haven und starten das ganze auch jetzt gleich